ich bin jetzt fast wieder oben glaube ich investiere gleich mal vier punkte in klettern nein ich bin oben ist noch mal hier ja ja ich will kommen aber nicht hoch okay dann warte ich auf euch hier oben war doch kein einziges mal hochgekommen ich bin davor immer abgestürzt scheiße ich hab's nicht ausgemacht scheiße wo lang muss ich denn klettert hochkomme ich habe ich verlaufen auf dem berg also ich würde an der stelle so machen ich würde immer an der seite lang fliegen bis man wieder zu einer stelle kommt wo man nach oben in freiheit ich fliege und klar dagegen boden soja das ist natürlich doch wollte ich keine stelle finde das gefunden hat die stamina reich ja na geil jetzt greift ja noch ein mage an und dieser berge spitze wieder da ist noch der mage starb nice ich hab's hochgeschafft noch nicht mal einfach oben ey erst mal schlafen line shoulders und cotton shoulders sind hier noch und hier sind die typen auch wieder gespawnt das heißt die geben auch wieder loot also dann komm mal hier hinten hin äh muss außen rumlaufen sehr weit außen rum nicht an den typen vorbei alter ich spawn und tausende bunnies stehen um mich drum herum und guck mich doof an alter meint alle wollen eine karotte ich hätte noch eine das war gar nicht für dich ne ich dachte dass die eine schulter wäre vielleicht auch für dich noch er ist besser als mona ich finde echt nicht mehr den weg nach oben ich war doch nicht einmal oben ich wollte mich doch verarschen ja ich war ja gerade fast oben dann hat die stamina einen block nicht mehr ausgereicht haben wir so abgestimmt also ich hab das halt immer so gemacht dass ich halt einmal einmal rumgeflogen bin dann habe ich irgendwo eine stelle gesehen habe mich wieder da drauf gestellt dann bin ich wieder rumgeflogen wieder am schnellsten irgendwie ich hab das auch so gemacht weil wir uns halt immer so ewig warten bis die stamina wieder voll ist hm blöde kack klettern aber ich klettern ja auch nicht so hey stamina aah gnoll oh was glaubst du für ein mage ich heb's mal auf auf einmal merkst du das wieder ne wer merkt was wenn du jetzt runter fliegst alter boah ich hab's nach oben geschafft und schultern ich hab's nach oben geschafft und schultern oh die sind sogar besser geil wir sehen uns hier basti 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 schultern ne sind gloves oh noch schlechter als meine aber ne sind sie nicht ne sind sie auch nicht oder sind sie doch ne sind sie nicht ja wo kommen die denn her bin fast oben cotton chest oh cotton chest hier ist ja was für ein rangler für eine ranga yogo spartel wird nie wieder zurückkommen ich hab noch was für ein vario oh nice nein falsches ist das falsche äh noch was das ist der für ein varia oh danke wollen wir mhm hier achso da ist es schon jääää immerhin Krieger oh der chillt ich habe gerade was für einen Krieger eingesammelt ey wie kann doch keiner hier jemanden töten wenn alle wegrennen müssten ja ich bin gleich tot komm her komm her bin hinter dir bin hinter dir ist auch gleich tot ich habe noch gerollt wie konnte mich noch töten dann because he can oh oh der chillt Geh Weg Geh Weg Autsch ich wollte gerade sagen das ist Mewow dann ja gar kein Schaden oh ich dachte das wäre ein gegnerischer Mage gewesen ne alter hast du das gesehen bitte wieder fast down ach so da sollst du doch sorry warte so Beinchen gestellt ah komm her nein war mir ausgewichen irgendwann komme ich auch wieder hoch das ist gleich das ist gleich das ist gleich das ist gleich oben komm her nein nein alter komm doch ja warte 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 lauf 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 wie sehen denn das einfach teilweise aussieht ich fliege ich fliege ich fliege komm rein komm raus komm raus ich bin auf dem Baum ja du musst mir entgegen kommen wow 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 sonst geht's nicht no trunk no trunk no trunk fuck nein Nein, nein, nicht schon wieder Schild. Warst du, warst du? Danke. Na, ich bin dabei. Wie gesagt, ich achte die ganze Zeit oben auf die Lebensleisten. Alter, warte, 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 warte. Mach grad nichts anderes. Soo, trink, 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 du Bitch. Nein, 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 fuck. Alter. Bist wieder voll, bist wieder voll. vor allem er bleibt für eine sekunde stehen und macht dann die attacke aus raus hau mal raus bisschen bisschen fliegen adrian ich muss gerade raggen moment hier aber ich will leben da noch hat aber der gibt guten der guten guten nut der muss guten leben nur nur gut nur 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 gut gut gibt er ne wenn dort der scheiß attacke krass der über instant gemacht Sollen wir den mal versuchen runterzuholen? Ja, lock den runter am besten. Ihr seid doch so ne Arschlöcher. Ihr seid doch so ne Arschlöcher. Ohne Scheiße. Ihr seid doch so ne Kackpenner, Alter. Der ist sowas von unten, ey. Ja, ich seh ihn. Im Pera geht's doch gar nicht. Wie geil ist das? Jetzt kommt der auf die Idee, den Penner mal da runterzuholen, wenn ich's wieder hochschaffe. Aber du kommst grad wirklich so über die Kante und so, boah, will ich nicht runterziehen? LOL, im Wasser ist der voll schwach. Ich bin tot. LOL, im Wasser ist der voll schwach, Alter. Wenn ich dann wieder sterbe, dann kommt der wahrscheinlich auch die Idee, den wieder hochzuziehen, ne? Doch. Klettern wir den Berg wieder. Ja, die ganze Zeit. Mit dem Typen hinten dran. Adrian, bitte darauf achten. Ich weiß nicht, auf deine Lebensweise zu achten, aber ich kann dich nicht heilen, wenn du da drin stehst. Tja, egal, jetzt kann ich ja sterben. Ich muss natürlich wieder in den Kackt herstuhl klettern. Da kommt der Böhmschung von vorne. Alter, wie der auch keinen Schaden kriegt, ne? Der blockt halt. Wir müssen aber nachher wieder hoch, weil da gab's nur die ganzen kleinen Viecher. Ey, die haben wir doch alle gegründet. Ey, die haben wir alle plattgemacht. Nein, da waren noch ganz viele. Okay, ich hab mir kein einziges gesehen. Ich auch nicht. Achso, Gott sei Dank. Ich fliege gerade nur noch immer hin und her. Ja, hier im Wasser ist praktisch. LOL. Voll praktisch. LOL, ich hab gerade eine Rolle hier rausgemacht. Hui. Oh, ein Skalball kommt mit. Alter, der hat mich in der Luft getroffen. Mich auch. Leute. Nicht doch. Lass mich nicht alleine. Ich bin doch da. Ja, der kommt schon. Okay. Wenn ich mal die Schiffe angefangen kann. Ja, aber jetzt machst du auch richtig. Du kannst dich auch healen, wenn du rauskommst. Jetzt hab ich den SnowRunner gehealt. Lol, seht ihr mich unter Wasser? Ja, logischerweise sehen wir dich unter Wasser. Au, aus. Ich fände dich nicht unter Wasser. Achtung. Wo wollt ihr mit dem hin? Wir gehen jetzt auf große Erkundungstour. Jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte. Nee, nicht ganz. Ach, ich bin denn. Raus, Adrian. Raus, 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 raus. Hier kann man wenigstens vor dem Boot wegfahren, wenn er diese Attacken macht. Nee. Oh, oh, raus, raus. Ja, ja. Ja, ja. Alter. Ich hätte nicht gewonnen, hätte das. So wie das muss. So wie das muss. Ja, ist halt so. Ja, ne. Ich geh auch mal in Nahkampf über Self. Boa, unter Wasser bin ich unsichtbar. Kick ihn. Alter, wie sieht er mich? Aua, aua, aua. Mit Augen, vielleicht. Nein, 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 weg, 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 weg. Wir fahren ein Böhrchen weg. Danke. Hm, warte. Warte mal kurz ein bisschen kreis. Nee. Okay. Diese Arschbombe ist geil. Yeah, Batsch. What the fuck. Die Wohner hat kommuniziert wieder mal. Ja. Aber willkommen ein Böhrchen. Nanananana. 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 Das ist echt geil. Raus, Oma. Ja. Alter. Und wieder rein. Lol, er hat mich in der Luft getroffen. Das ist gut. Wir spawnen immer am gleichen See. In der gleichen Stelle. Okay, das ist echt praktisch dann. Party Boat. Party Boat. Party Boat. Party Boat. Party Boat. Party Boat. Hm, warte. Boat. Voat. 4 shoulder Cre Ghosts hatte ich gerade. Nein. Alter. Okay. Warte, komm rein, komm rein, komm ein bisschen her. Dann hätte ich einen Haube mit in der Grund geheilt. Jetzt. Platz. Okay, komm her. Danke. Ariane. Der macht so viel damage. Warte mal, hä? Jetzt habe ich den Affen geheilt. Scheiß Affen geheilt, ey. Den muss ich mal wegtun gerade mal, weil ich gerade den Affen nebenbei wegtun. Woa. Ja, okay. Ja, gut, das ist ne gute Idee. Und wegfahren, wegfahren, wegfahren. Na komm, lass mich rein. Oder wenn du lieber damage willst, dann nimmst du auf die Idee. Oh, shit. Woa. Ey, es wird hart langsam.